Hast du gewusst, dass das EU-Parlament in zwei Wochen über eine Kennzeichnungspflicht für Genfood abstimmt? Nein, aber ich würde unterschreiben. Mit einer kleinen Bedingung. Sag jetzt bitte nicht, du kriegst mal ne Unterschrift und ich deine Nummer, den kenn ich nämlich schon. Könntet ihr vielleicht mit eurem Stand eine Ecke weiterziehen? Ne, Krise. Die Regierung in Mali hat Angst, dass es ne Hungersnot gibt. Und das heißt? Die Isabel flieht schon morgen. Ich dachte, dass du zur Geburtstelle nicht da bist. Das tut mir nichts. Wir müssten jetzt dann schon mal alle zu mir schauen, wenn es geht gleichzeitig. Ich bin fünf Jahre direkt vor deiner Nase rumgesprungen. Du hast mir noch nie ein Zeichen gegeben. Wie deutlich brauchst du das? Isabel steht um sechs Uhr auf. Es ist drei Stunden bevor ihr Flieger geht. Wenn du dir ein Herz nimmst, hast du eine gute Chance sie für dich zu können. Isabel! Du bist für mich mehr als eine Freundin. Martin, ich muss jetzt gehen. Ich hab versucht ein Wunder zu verbringen. Im Kino hätte es funktioniert. Idiot. Ist ja nicht gerade so, dass du gestern zum ersten Mal gehört hättest, dass ich weggehe. Mora, hast du nur bitte gewartet auf deine Premiere? Es gibt Probleme mit dem Zoll. Ich flieg erst heute Abend und bis dann muss ich dringend mit Martin was klären. Ihre letzte Chance auf den Flugzeug um sechs Uhr früh. Dann machst du so in drei Stunden was. Ähm, aber kriegen die sich am Ende?